Du hörst den Genies Alliance Podcast heute mit dem Thema Diese 8 Muskelspiele machen jedes Startup zum Überflieger. Warum Muskelspiele? Hey, das ist Fitness, was wir machen mit den Unternehmen. Warum Startups? Weil das Mindset da ist, dass sie mit ganzer Leidenschaft einfach nochmal drüber nachdenken und sagen, okay, was genau kann ich noch tun, um mein Unternehmen erfolgreich zu machen? Die Startups, die Gründer und Gründerinnen sind hungrig und deswegen ist diese Podcast-Folge genau für euch da draußen gedacht. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Und dann machen wir ein bisschen Sport. Bis gleich. Du hörst den Genies Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genies Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Ich finde die Analogie in der Headline, nämlich acht Muskelspiele, die jedes Startup zum Überflieger machen, finde ich einfach grandios. Warum? Weil wenn wir über Muskeln nachdenken, dann wissen wir alle, dass nur ein Muskel unter Last und in Bewegung wachsen kann. Mit den entsprechenden Ruhepausen und so weiter. Aber wenn wir ins Fitnessstudio gehen, egal was wir da vorhaben, was wir da uns als Ziel gesetzt haben, wir müssen den Muskel bewegen und wir müssen ihn belasten und wir müssen Pausen machen. Genau dasselbe Spiel gilt natürlich auch für Startups, die wachsen wollen, für Startups, die sich im Markt positionieren wollen, die innovieren mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Und deswegen ist diese Podcast-Folge heute hier extrem wichtig. Diese Podcast-Folge hier ist eine Zusammenfassung von Unternehmern und Unternehmerinnen, mit denen ich mich getroffen habe, mit denen ich zusammengesessen habe, um darüber zu sprechen. Also wir haben über die Weltwirtschaft gesprochen, wir haben über Krise gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was muss ich denn eigentlich heute im Unternehmen machen. Und ich wollte die acht wichtigsten Hacks oder Geheimnisse oder was auch immer, wie wir das auch immer nennen wollen, wissen oder für euch zusammensammeln in dieser Podcast-Folge, die alle zusammen Sinn ergeben. Das ist jetzt das Wichtige. Also es geht nicht darum, dass du dir jetzt eine Sache aussuchst und sagst, hey cool, das mache ich schon, aber wo bleibt mein Erfolg? Sondern nur, wenn du alle diese acht, ich habe es genannt, Muskelspiele, dauerhaft machst, dauerhaft, selbst wenn du erfolgreich bist, musst du weitermachen. Wenn du das dauerhaft machst, dann ist der Erfolg deines Unternehmens garantiert. So, und du wirst auch gleich verstehen, wenn wir das Ganze durchgegangen sind, warum das für Startups eigentlich geeignet ist, weil die mittelständischen Unternehmen oder die Unternehmen, die etabliert sind, Familienunternehmen, die es schon länger gibt, einfach zu sehr darauf bedacht sind, was ja auch gut ist, um die Werte zu erhalten, die da geschaffen wurden, aber viel zu sehr darauf bedacht ist, das Vergangene zu bewahren. Ja, also die möchten gerne eher noch so wieder Startups sein, dass das Bedürfnis einfach dazu sagt, wir wollen auch innovieren, wir wollen auch schnell sein, wir wollen auch agil sein und so weiter. Geht aber nicht, weil geschaffene Strukturen da sind, also gar nicht negativ gemeint, sondern das sind Werte geschaffen worden. Und die Startups, die wollen gern zum Mittelständler werden, also irgendwann den Startup-Status ablegen und sagen, okay, und jetzt sind wir ein gestandenes Unternehmen. So, deswegen heute mal Fokus auf, oder mal ist gut, heute der besondere Fokus auf Startups und die acht wichtigsten Muskelspiele. Vielleicht muss ich das noch ergänzen. Die acht wichtigsten Muskelspiele, also nochmal der Reminder für euch, für dich, diese acht müssen komplett gemacht werden. Dann funktioniert das ganze Spiel und dann ist auch Erfolg garantiert. So, ich werde dich in dieser Podcast-Folge jetzt persönlich ansprechen. Du darfst das gerne auf dein Unternehmen, auf dein Team übertragen, aber so ist es für mich dann im Wording ein bisschen einfacher. Der erste Punkt, immer wieder hier ein Dauerbrenner im Podcast, und da waren wir uns alle einig, die wir uns da unterhalten haben am Lagerfeuer, ist das Thema, triff eine Entscheidung. Und damit ist nicht gemeint, dass du sagst, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung, ich mache jetzt mal ein Unternehmen. Ich will jetzt mal selbstständig sein. Diese Entscheidung nicht, sondern es geht wirklich um eine marktbeherrschende Position einzunehmen. Also du triffst die Entscheidung, um eine marktbeherrschende Position einzunehmen. Beispiel, wir haben damals eine Interactive Signage-Lösung entwickelt und haben die Entscheidung damals getroffen, wir wollen Marktführer werden in diesem Markt. Also out of home ist im Grunde das, was so die großen Companies draußen an den Bussachhaltestellen oder an Bahnhöfen veranstalten, mit bewegt Bild in einem Fernseher, also ohne Ton. Und wir wollten das interaktiv machen, also dass dieses Gerät, dieser Bildschirm mit dir interagiert. Und unser Ziel war, die Marktführerschaft in diesem Bereich clevere, smarte, KI-gesteuerte Systeme zu bauen. Haben wir auch gemacht. Und das war unser Big Picture. Das war so eines der Softwareunternehmen, die ich damals gebaut habe. Also Marktführerschaft anstreben ist ein ganz anderes Big Picture. Haben wir auch immer wieder hier im Podcast. Und eine ganz andere Entscheidung, als die Entscheidung zu sagen, ich gehe morgen mein Gewerbe anmelden. Das ist auch eine Entscheidung, genauso wie die Entscheidung, ich gehe mal aufs Klo oder ich stehe da mal auf. Sondern es geht um richtige, massive Entscheidungen, die Welt aus den Angeln zu heben. Also Entscheidungen, die du jemandem mitteilst, vielleicht deiner Familie, deinen Freunden, deinen Bekannten, und die dich verrückt erklären. Genau das sind die Entscheidungen, die wir suchen. Also das wichtige Commitment, wirklich einzugehen, etwas in deiner Branche, in deinem Markt bewegen zu wollen. Das machen die wenigsten. Und deswegen, du könntest ja jetzt sagen, hey, okay, wenn jedes Startup diese acht wichtigsten Muskelspiele machen würde, dann würde ja jedes Startup da durch die Decke gehen. Korrekt. Aber die wenigsten machen es. Die wenigsten fangen schon beim ersten Punkt, den ich gerade genannt habe, nämlich bei dem Thema Entscheidungen, also wirklich fundierte Entscheidungen zu treffen, durchs Raster, weil sie das einfach, weiß ich nicht, manchmal nicht gelernt haben oder nicht groß genug denken oder sagen, oh, ein bisschen Aufwand. Das ist ja so die Extrameide. Das ist ja schon anstrengend. Da kriege ich ja schon Muskelkater, wenn ich das Gewicht nur sehe. Da brauche ich mir noch nicht mal die Hand anheben. Tut schon weh. Und wir haben vorhin gesagt, Bewegung und Last und Pausen, aber vor allem auch Last formen einen Muskel und lassen den wachsen, lassen den größer werden. Und deswegen ist es so wichtig, eine Last in der Entscheidung auch zu haben und eben nicht nur zu sagen, okay, ich mache jetzt mal, sondern ich mache das richtig mit aller Kraft, mit allem, was ich habe. So, zweiter Punkt, werde, mein Lieblingsthema, werde zur Marke. Total wichtig. Werde zur Marke, also wie gesagt, ich spreche jetzt dich an, du kannst es gerne auf deine Company übertragen, aber in dem Fall, lass beides nebeneinander existieren. Werde zur Personal Brand, werde zur Marke, aber werde auch mit deiner Corporate Brand zur Marke. Das ist total wichtig, damit du einen Reminder für die Leute in die Köpfe zauberst, inszenierst, also spannend machst, damit die an dich denken. Damit die an dich denken. Ich habe so ein Dauerexperiment seit vielen, vielen, vielen Jahren, in dem ich immer schwarz trage. Immer. Ausschließlich. Immer. Immer heißt auch bei 30, 35, 40 Grad draußen trage ich schwarz. Ja, da gibt es dann sehr viele Blicke oder Kommentare. Hey, ist da irgendwas passiert oder ist es nicht ein bisschen warm oder so? Gewöhnst du dich übrigens dran? Ist gar kein Problem. Ja, gewöhnst du dich dran. Aber bei mir überwiegen die Vorteile, indem ich nur schwarz trage, also schwarze Jeans, schwarzes Hemd, schwarzes Shirt oder was auch immer. Also ich variiere dann schon den Klamottenstil, je nachdem, ob ich jetzt so eher in Freizeit bin oder eher dann im Business bin, aber immer schwarz. Ja, und das ist für mich einfach so ein, wie soll ich sagen, einfach eine, eine Marke geworden, in der ich zu Hause bin. Ich denke darüber nicht mehr nach. Ja, wenn ich sage, ich brauche ein Hemd, würde mich niemand fragen, blaues oder grünes? Nee, schwarz. Ja. Es gibt so einen Laden, da gehe ich mal einkaufen, Klamotten einkaufen. Ich sage, ich brauche ein paar Hosen, ja, der kennt mich, der, der fragt mich nicht mehr nach der Farbe. So. Das heißt, das Thema Schwarz habe ich ganz eng so an meine Personal Brand gebunden. Das heißt, die Leute, die mich treffen, die wissen ganz genau, wie ich aussehen werde. Ja, also die haben da ein ganz, ganz konkretes Bild. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde ab sofort oder auf einem Event einfach mal ein Hawaii-Hemd anziehen. Die Leute würden mich fragen, ob noch alles in Ordnung ist. Also so eng verwoben ist das ganze Thema Branding. Jetzt will ich aber keine Klamottenberatung hier machen, sondern ich möchte euch einfach nur ein Beispiel geben, wie man das Thema Marke adaptieren kann, um eine, und darum geht es bei der Markenführung, Markenentwicklung, um eine Wiedererkennung und Sichtbarkeit herzustellen. Und das wird leider auch, und deswegen, ich habe ja gesagt, heute acht Muskelspiele, das ist wirklich eine Challenge. Also die Entscheidung ist eine Challenge, das Thema Marke ist auch eine Challenge, weil die meisten sagen, hey, ich habe doch eine Website, die gefällt mir doch. Ja, die Website gefällt dir, aber sie ist halt nicht bam, sie ist halt nicht mega, sie ist halt nicht wow, wo du einfach weißt, da hat ein Grafikdesigner Wochen, Monate lang dran gearbeitet. Ja, und die haben richtig was drauf, die Leute, die das können und kennen, die haben richtig was drauf, da was hinzuzimmern, sodass, wenn du die Brand jemand in die Hände gibst, ja, und der sagt auf der anderen Seite, wow, richtig cool, ja. Ich habe jetzt gerade lustigerweise meinen Autoschlüssel, also Tesla hat ja Karten, ja, vor mir liegen, der Autoschlüssel ist eine schwarze Karte mit so einem silbernen Schriftzug von Tesla drauf als Branding und das ist einfach, du nimmst es in die Hand und es ist einfach geil. Verstehst du das? Oder ich habe so eine N26, so eine schwarze N26 Karte mit Metallkern. Das Ding ist einfach fünfmal so schwer wie eine normale Kreditkarte, ja. Einfach Sicherheit, RFID-Chip und keine Ahnung, warum das Ding Metallkern hat. So, aber ich fand das einfach geil. Ich bin ja nur bei der Bank wegen dieser Karte. Es gibt auch andere Unternehmen, die schwarze Kreditkarten haben, das ist nicht die einzige, aber das Design gefällt mir nicht. Also bin ich bei der N26 einfach, weil mir das Design gefällt. Könnt ihr euch das vorstellen? Völlig Banane, ja. Aus welchen Gründen entscheiden Menschen manchmal etwas zu kaufen? Es ist rational, überhaupt nicht zu erklären. Es ist total emotional. Ich habe die Karte gesehen online und habe gesagt, wie geil ist das bitte? Ich hätte gerne da ein Privatkonto und dann habe ich diese Karte. Mega, ja. So, und diese Karte ist ein absolutes Highlight. Ich war letztens mit meinem Sohn im Spielladen und bezahlte dann unser Spielzeug, was wir uns da ausgesucht haben. Ich suche ja da auch mal mit aus für mich. Bezahlte ich dann mit dieser Karte und der Ladenbesitzer, der beschäftigt sich dann die ganze Zeit mit der Karte. Wow, was ist denn das? Wow, das ist ja richtig schwer. Was ist denn da drin? Ist das eine Kreditkarte oder ist das ein Eiskratzer für das Auto oder so? Geht übrigens auch. Aber dieses sich beschäftigen mit der Person oder jetzt in dem Fall mit der Karte oder mit eurer Website oder mit eurem, weiß ich nicht, Produkt, ja, all das bestimmt Marke und das wird total unterschätzt. Und auch deshalb ist das ein wichtiger Grund. Erfolgsfaktor Marke ist ein wichtiger Grund, warum viele Startups da draußen einfach gar nicht mal zur Tür bei den Investoren reinkommen, weil das einfach keinen Spaß macht anzugucken. Ja, wenn du sagst, hey, ich habe eine mega geile App mit KI und bla und blub und dann hast du ein User Interface von 1996, naja, da hast du doch keinen Bock. Ja, da stellst du als Investor die Frage und sagst, okay, wo sind denn Designer an dem Projekt gewesen? Ja, kommen die noch? Ja, ist das jetzt hier so ein Rohprototyp, also noch diese Vorstufe vor dem eigentlichen Prototyp? Also, kurzum, es ist total wichtig, eine Marke aufzubauen und das auch auf einem hohen professionellen Level. Am Anfang machst du weniger, ja, jetzt kannst du nicht hergehen und sagen, ich suche mir jetzt die geilste Agentur und bezahle einfach mal so ein Huni, ja, also 100.000 für den Markenaufbau. Du machst es am Anfang in kleinen Schritten beziehungsweise in kleinen Maßnahmen, aber die Maßnahmen, die du machst, die sind perfekt, ja, die sind perfekt durchgestylt. Wenn du dir ein Logo hast entwickeln lassen, dann ist dieses Logo auf jeder Maßnahme präzise, entsprechend dem Konzept angewendet. Auf diese Brand passt du auf. Das ist geil, weil du es mega findest, ja. Michel, Sven und sein Team von Decor zum Beispiel, ja, die bauen sofort ein Hoodie, ja. Da ist das Logo drauf, ja. Die tragen das Logo auf dem Herzen, ja. Und das ist genau das, worum es geht. Nächster Punkt zum Thema Marke. Ich mache es ein bisschen ausführlicher, ja. Einfach, weil es mein Passion-Thema ist und weil ich es auch so extrem wichtig finde, weil es auch, wenn ich mir so ein paar Pitch-Dacks anschaue, ich weiß, das ist nicht maßgeblich, ja, wenn du Pitch-Dacks anschaust von Airbnb oder so oder von Facebook, dann ist das die schlechteste PowerPoint-Präsentation der Welt. Heute ist das, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Um aus diesem Startup-Pool rauszustechen, musst du einfach auch ein geiles Layout haben, ja. Und mit Layout meine ich alles. Meine ich Kommunikationsmaßnahmen, meine ich Pitch-Dacks, damit meine ich deine ganze digitale Kommunikation. Alles ist Layout. Und das muss einfach cool sein. Weil Marke bedeutet eben auch, dich herauszustellen, ja. Wir alle kennen, vielleicht von früher nach Schulsport oder so, ja, oder ich habe meine Zeit Leichtathletik gemacht oder Leistungssport, Fechten war ich unterwegs. Nehmen wir mal das Thema Fechten. Wenn du dort auf dem obersten Treppchen stehst, wenn du deutscher Meister bist, dann bist du deutscher Meister. Wer ist der Zweite? Wer ist der Dritte? Wer ist der Vierte? Es interessiert keinen. Es ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist nur, wer gewonnen hat. Und das ist halt, also jetzt in dem Sport, ja. Und das ist halt im Business genau das Gleiche. Ja. An den, der ganz oben auf dem Treppchen, daran erinnert sich jeder, ja. Wenn die Marke glänzt und strahlt und Sogwirkung hat und Anziehungskraft hat und ich das unbedingt haben möchte, dann ist doch völlig wurscht, wer der Zweite, Dritte, Vierte Markt ist. So, und diese Sogwirkung zu erzeugen, das ist es, was Marken schaffen können, weil sie eine emotionale Verbindung zu anderen Menschen aufbauen. Eine emotionale Verbindung. Nimm mal das Thema iPhone oder Apple generell. Die Leute kampieren vor den Apple Stores. Das ist eine emotionale Verbindung, die eine Brand aufgebaut hat. Eine Sogwirkung sondergleichend. Das ist die wertvollste Marke der Welt. So, und das ist genau das, worum es geht. Die Verbindung zu anderen Menschen aufbauen. Das kannst du übrigens auch und da sind wir beim Audio Branding, also beim Podcasting zum Beispiel. Warum promote ich das Thema immer so hart? Weil Podcast wichtig ist. Wichtig für die Zukunft, wichtig für die Gegenwart, wichtig, um schnell Content zu produzieren, aber vor allem, um eine Verbindung herzustellen. Stell dir mal vor, du schmeißt deinen ganzen Vertriebsprozess, den du bisher hattest, der dich ankotzt, weil du kalte Akquise machen musst, einfach weg und ersetzt den durch den Podcast. Stell dir vor, du fragst deine Zielgruppe an, deine potenziellen Kunden, die du dir wünschst und sagst, hey, ich rufe sie nicht heute an, weil ich ihnen was verkaufen möchte, sondern ich rufe sie heute an, weil ich sie zu einem Podcast Interview einladen möchte. Und dann hast du eine Stunde, ein bisschen mehr, mehr, ein bisschen weniger, hast du eine Stunde lang Zeit, dich mit diesen Personen auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, weißt du was, ich habe jetzt eine Stunde lang zugehört, ich habe eine Stunde lang Fragen gehört, ich glaube, wir haben ein richtig geiles Interview gemacht und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie so eine Sympathie entwickeln konnte zu dir. Am besten duzen, kleiner Tipp. So, und wenn du merkst, das ist auf der anderen Seite genauso, dann hast du nach dem Podcast die Chance zu sagen, ich denke, ich habe ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung, die dir helfen würde. Hast du Lust, dass ich dir das kurz mal vorstelle. Auf der anderen Seite ist eine große Dankbarkeit, tolle Podcast-Folge, wow, ich konnte richtig fundiert meine Expertise zeigen, na klar habe ich die Zeit. Ja, ist ja ein Geben und Nehmen. Das ist ein ganz anderer Vertriebsprozess. Warum? Warum gelingt dir das? Übrigens von zehn Einladungen in deinem Podcast werden neun angenommen. Ja, versuch das bitte mal mit Kaltakquise-Leads. Bullshit. Such dir Leute aus, auf die du wirklich Bock hast, wo du sagst, das sind meine Kunden der Zukunft, auf die habe ich wirklich Lust. Also die sind wichtig für mich. Die mag ich. Lad die in deinen Podcast ein. Und wenn du wissen willst, wie ein Podcast funktioniert, schau in die Shownotes. Ich habe da den Link nochmal platziert für die Podcast-Masterclass. Da zeigen wir dir, wie das alles funktioniert. Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis für dich in eigener Sache. Wie du sicher weißt, lieben wir Podcasts. Immerhin sind wir seit 2015 mit diesem Podcast hier am Start, haben über 1000 Folgen produziert, erreichen jeden Monat bis zu 70.000 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und durften bereits vielen anderen Unternehmen im Podcasting helfen. Für uns ist ein Podcast das perfekte Kommunikationstool im Digital Leadership, um exakt die gewünschte Zielgruppe zu erreichen, Fachkräfte zu finden, deine Personal Brand zu etablieren oder auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen. Ein eigener Podcast ist das effizienteste Digital-Marketing. Kaum Kosten und wenig Zeit invest. Und du erreichst Top-Ergebnisse in Marketing, Vertrieb und HR. Von der Beratung über die Konzeption, Produktion bis hin zur Vermarktung helfen wir dir da, wo du selbst nicht weiterkommst oder wir übernehmen deine Podcast-Produktion im Full-Service. Wir wissen über Podcasting alles, was man wissen muss, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann besuch uns gern auf unserer neuen Website unter www.genius-alliance.fm oder du findest den Link natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter hier. Du baust deine Beziehung auf in dem Podcast, an dem du das Interview machst und das ist Branding. Also die Leute werden sich daran erinnern. Hast du gute Fragen gestellt? Warst du vorbereitet? Hast du diese Wertschätzung und Achtsamkeit rübergebracht und gesagt, ich hab da so ein paar Sachen rausgefunden, darf ich dich da mal dazu befragen? Aus deiner Kindheit. Ich hab gelesen, du bist Weltmeister im Frisbee-Werfen oder sowas. Und der auf der anderen Seite sagt, oh was, so gut vorbereitet, wo hast du denn das herausgefunden? Also das zeigt dann oder Gemeinsamkeiten finden. Hey, du warst auch beim Fechten früher, warst Florett oder Degen, wärst du und so. Und dann erkennst du, ob das matchen kann oder nicht. Manchmal hast du dann im Podcast auch das Gefühl, du sagst, hey, war eine coole Folge, aber mehr ist es halt auch nicht. Auch okay. Und wenn du gut bist, frag noch nach drei Empfehlungen im Podcast-Interview. Das ist mein Tipp für dich. Dann kannst du nämlich aus einem Podcast-Interview gleich noch drei weitere machen und du hast einen hervorragenden Vertriebsweg. Das ist Audio-Branding. Das ist das, was wir in Zukunft mehr und mehr sehen werden. Jetzt schon. Also diese Branche ist ja 20% wachsend pro Jahr. So, das zum Thema Marke. Zum Thema Marke fällt mir übrigens noch ein, weil er eben auch schwarz trägt. Karl Lagerfeld, ich liebe ein Zitat von ihm. Er sagte, und Karl Lagerfeld, ihr habt sofort jemanden im Kopf, der so eine gewisse Arroganz ausstrahlt, so eine gewisse Unnahbarkeit, vielleicht auch Überheblichkeit, Narzissmus, all diese Dinge. Und er sagte mal so den Spruch, ich streite nicht, ich habe vorher schon darüber nachgedacht, dass ich recht habe. Ist das cool? Es passt, cool in Form von, dieser Spruch passt so perfekt zu seiner Marke, zu seinem ganzen Auftreten, mit den Haaren, mit dem Zopf, mit der Sonnenbrille. Und eine Marke zu schaffen, die eben polarisiert, die provoziert, das ist die große Kunst. Also mein Tipp für dich, baue eine Marke. Zweites Muskelspiel, baue eine Marke. Super wichtig. Warum sind viele Startups nicht erfolgreich? Weil ihnen genau das fehlt. Weil ihnen genau das fehlt, eine Marke zu bauen. So, drittes Muskelspiel heute in unserem Fitnessstudio. Gefällt mir die Vorstellung. Da docken wir eigentlich perfekt an mit dem Podcast-Thema Sei und bleibe vor allen Dingen in den Köpfen der Leute. Und das ist ein wichtiger Punkt, indem du mit den, oder damit die richtigen, jetzt muss ich kurz überlegen, damit die richtigen Leute an dich denken. Also dieses in Erinnerung bleiben, das ist ein wichtiger Punkt. Und in den Köpfen bleiben heißt halt, deine komplette Kreativität zu entfalten, freien Lauf zu lassen, immer wieder dran zu bleiben, Content zu produzieren, ohne Ende. Du musst einfach, und das ist der Job, du musst einfach da sein. Und es gibt ein schönes Beispiel, was ich an dieser Stelle bringen möchte. Da muss ich ein bisschen auf die Tube drücken hier. Ein schönes Beispiel ist McDonald's. Wenn du mal so in deinem Bekanntenkreis fragst, wenn du dir das nächste Mal eine Runde setzt und sagst, hey, wer war schon mal bei McDonald's? Dann gehen die Hände hoch, jeder war schon mal bei McDonald's. Dann fragst du, wer geht sonntags gerne zu McDonald's? Und wer liebt das Essen von McDonald's? Da gehen keine Hände mehr hoch. Das heißt, kurzum, also der Fazit dieser kleinen Story ist, es ist gar nicht wichtig, das beste Produkt zu entwickeln. Ja, also McDonald's, sind wir uns einig, ist jetzt nicht das nachhafteste, tollste, biologischste oder was auch immer Food, sondern es ist halt einfach Fastfood. Es ist halt einfach McDonald's. Es ist halt einfach, manchmal geil, aber eigentlich nicht. Aber warum sind die so erfolgreich? Nicht, weil sie das beste Essen machen. Die Leute gehen da nicht hin, weil sie irgendwie geil essen wollen, sondern die gehen da einfach hin, weil es da ist, weil es verfügbar ist, weil es ständig präsent ist. Ja, fahr mal mit dem Auto durch die Wallachei. Die Kinder zeigen dir links und rechts aus dem Fenster das goldene M. Und das ist das, was du machen musst. Ja, also werde zur Marke, war ja unser Punkt davor. Dem schließt sich eigentlich sofort das ganze Thema an, in den Köpfen zu bleiben, also zu sein oder reinzukommen und dort zu bleiben. Also eine Kontinuität aufzubauen, indem du ständig da bist. Sei McDonald's an jeder Ecke. Ja, wenn du sagst, du bist bei LinkedIn und du liebst diesen Kanal so wie ich. Okay, lieben vielleicht nicht, aber es ist ein Kanal, auf den ich eher Bock habe als auf Facebook oder andere. Dann bespiele den Kanal von vorne bis hinten, von früh bis spät, richtig intensiv. Lass dir was einfallen, sei kreativ. Hau nicht einfach nur das Zeug raus, sondern versuche, Varianten zu machen, versuche zu unterhalten, versuche oder sei da. Das ist es halt. Sei kontinuierlich da. Hohe Frequenzen, da sein, da sein, da sein, verfügbar sein. Alles andere ist in dem Fall nicht wichtig. Es geht nicht darum, ob du das allerbeste Produkt hast. Es geht darum, dass du da bist und dass die Leute über dich reden, weil sie an dir einfach nicht mehr vorbeikommen. Wenn du Invest machen möchtest, machen die wenigsten Startups, die ich kenne, also zumindest in einem Umfang, der eine gewisse Relevanz hätte, ist das Thema Advertising, also wirklich Werbung zu schalten. Auch damit kannst du natürlich eine Präsenz und auch eine Prägnanz aufbauen, aber du kannst es genauso gut durch Content machen. Eine Podcast-Folge, nur mal by the way, ich gehe euch jetzt richtig auf den Zeiger mit dem Thema. Eine Podcast-Folge, da kannst du mindestens mal so 10 Snippets, weiß ich nicht, 40 Sekunden, 60 Sekunden, rausschneiden und das ist perfekter Content. Also, nur mal nochmal als Zusammenfassung. Du machst ein Interview, hast einen Vertriebsprozess, am Ende vielleicht sogar neue Kunden, kriegst über das Interview drei Empfehlungen, du kreierst einzig Arten, unique Content, den du publishen kannst, kannst aus diesem Content noch 10, mindestens 10 Snippets machen, also kleine Videoschnipsel, cooles Tool übrigens, Headliner.app ist es, glaube ich, die URL. Ich packe es euch in die Chance und kannst dann in sozialen Netzwerken diese Prägnanz aufbauen. Du baust Marke und du baust Kontinuität, du baust Verfügbarkeit, du bist da. Sei ein bisschen mutig, das ist immer wichtig. Also nicht nur diesen Einheitsbrei machen, sondern Copywriting ist super wichtig, also mal eine richtig geile Headline schreiben lassen, wenn es dir nicht liegt, schreiben lassen, wenn es dir liegt, mach es selber oder bring es dir bei, gibt es Online-Kurse dafür und so weiter. Die Copy ist immer super wichtig. Also wenn du schreiben kannst, online da, entscheidet sich eben ein großer Teil des Erfolges, weil bevor wir einen Podcast hören, lesen wir. Wir müssen die Headline vorher lesen. Und wenn meine Headline gut war, die acht Muskelspiele machen jedes Startup zum Überflieger, dann hörst du jetzt noch zu. Alright, nächster Punkt, rede über Geld, nenne deinen Preis. Und da ist zum Beispiel die große Frage, oder sagen wir so, es ist eine große Scheu, immer wieder, ich habe immer wieder die Preisfrage, ist immer wieder dieses, ah, ist es zu teuer? Und es ist immer eine Orientierung im Außen, es ist immer ein Vergleich und sagt, mein Wettbewerber, der nimmt den Preis, da kann ich da jetzt nicht doppelt so viel machen. Warum nicht? Ist es das wert? Ist es dein Produkt, deine Dienstleistung wert, dass du das Doppelte verlangst? Wenn ja, dann tu es. So, also keine Angst haben, dass irgendwie ein Wettbewerber deine Zielgruppe nicht erreicht oder so. Also wenn es denn, es muss immer ein Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ganz einfach, es muss einfach den Wert deines Produktes in Form von Geld oder in Form von einem Preis interpretieren oder darstellen. Das ist das ganze Geheimnis. Aber wichtig ist, dass du darüber redest. Ich kenne zum Beispiel viele, die jeden Tag Termine machen, Termine machen, Termine machen, aber diese Termine überhaupt nicht validiert sind. Die sind überhaupt nicht geprüft. Die unterhalten sich mit Leuten, die die Beratungsleistung am Ende gar nicht bezahlen können oder wollen. Und das vorher abzuklären und zu sagen, wir müssen erst mal, das kann ein Funnel sein, das kann ein Abfrageformular, ganz einfacher Art sein. Wie auch immer du an die Informationen kommst, das können deine eigenen Recherchen sein über die Person, über die Firmen, mit denen du sprichst. Wichtig ist einfach, dass du dir klar machst, dass deine Zeit super wertvoll ist und dass du in diesem Fall über Preise sprechen musst, um zu entscheiden, ob der Termin Sinn macht. Wenn einer sagt, ich habe 100 Euro und würde gerne mit dir einen Podcast produzieren, kannst du mich coachen, dann muss ich halt sagen, 100 Euro, das wird eher nichts. Und dann ist über den Preis im Grunde ein Filter gebaut, sodass du dich gar nicht mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen musst. Und das ist wichtig, dass wir unseren Preis finden, unseren Preis akzeptieren und unseren Wert erkennen. Das ist total wichtig. Ja, ist so. Punkt. Okay. Dann auf meiner Liste, was habe ich noch? Ah ja, genau. Dann haben wir diskutiert in der Runde. Da ging es dann um die zwischenmenschliche Wertschätzung. Das war eigentlich ganz spannend. Denn es ging darum, wie erleben wir unsere Mitmenschen heute in einer informationsüberfluteten Welt. Ja, alles soll ganz schnell gehen. Wenn ich irgendwo anrufe, will ich schnell eine Antwort haben. Wenn ich eine E-Mail schicke, will ich auch schnell eine Antwort haben. Ja, und so weiter. Also es ist alles so wahnsinnig schnelllebig. Also wer nimmt sich denn noch wirklich Zeit, um mal zu verstehen und zu sagen, lieber Kunde, was wünschst du dir? Was sind deine Bedürfnisse? Ja, also mal wirklich eine aktive Fragerunde einzusteigen und zu sagen, okay, was können wir dir Gutes tun? Das findet schlicht und ergreifend zu wenig statt. Oder mal angenommen, dein Angebot wurde angenommen, du hast ein Auftragsbestätigungsprojekt, geht los. Dann ist es oftmals auch so ein Losstürmen und wir machen das jetzt. Und jetzt planen wir das Ganze mal, anstatt noch mal ganz konzentriert in so ein Rebriefing zu gehen, noch mal so ein Reflexionsprozess zu gehen und wirklich abzufragen und zu sagen, habe ich dich wirklich verstanden? Das ist doch wichtig. Wenn ich immer voraussetze oder glaube, jemanden verstanden zu haben, dann ist doch vorprogrammiert, wie das Projekt am Ende funktionieren wird, nämlich gar nicht. Und das ist oftmals auch so in Investorengesprächen. Also ein klares Commitment über eine konkrete Zielsetzung, über ein konkretes Ergebnis ist total wichtig. Und das schaffe ich, indem ich einfach Fragen stelle und sage, lieber Investor oder Business Angel oder wie auch immer, was erwartest du eigentlich in dieser Zusammenarbeit? Was erwartest du eigentlich für dein Investment? Das ist eine gute Frage. So, und dann kriegst du in der Regel hoffentlich eine ehrliche Antwort. Und diese ehrliche Antwort ist wichtig. Vertriebsprozesse, genau das Gleiche. Dieses wertschätzende miteinander umgehen erreichst du, indem du Fragen stellst und indem du dich mal ehrlich für dein Gegenüber interessierst. Wenn dein Gegenüber merkt, oh, du hast gerade keine Zeit, du arbeitest hier irgendeinen Fragenkatalog ab, wenn ich das am Telefon höre, dann lege ich sofort auf. Tut mir total leid, aber ey, Zeit ist kostbar. Also, ein echtes Interesse für deine Mitmenschen, wir haben ja vorhin gesagt, Thema Marke, eine Verbindung herzustellen und durch Fragen, das ist das Mega-Tool, egal zu welcher Situation, wenn du jemanden vor dir hast, überleg dir einfach mal schon mal pauschal drei Fragen. Ja, also Fragen, die du ernst meinst, nicht so ein nice to meet you und dann war's das, sondern wirklich ein, wenn du schon fragst, wie geht's dir, dann schau dir den anderen in die Augen und dann versuch mal wahrzunehmen, ob das, was da jetzt als Antwort kommt, nur so eine Phrase ist oder ob es diesen Menschen wirklich gut oder schlecht geht. Also das einfach nochmal zum Thema zwischenmenschlich echtes Interesse. So, dann nutze vorhandene Synergien. Nutze vorhandene Synergien heißt, es ist manchmal so ein, wo hatte ich das Beispiel letztens? Ah ja, war eine Unternehmerin, die gesagt hat, da gibt es so viele Kanäle, welchen solchen davon bespielen und die posten alle so viel, die ich kenne, wie soll ich das machen ohne Social Media Manager? Und dann habe ich gesagt, jetzt nimmst du mal dein Handy raus und machst mal jetzt ein Foto hier von der Situation von uns beiden und dann schreibst du einen Dreizeiler und sagst, hey, ich treffe mich hier gerade mit Norman und so weiter und so fort. So, dann hast du ein Posting. Es ist manchmal so, wir sind im Kopf manchmal so verknotet und glauben, wir müssen da jetzt irgendwie was Riesiges aufbauen und was machen und total aufwendig, 25 Filter auf so ein Bild legen, dann müssen wir da noch ein Video produzieren und so weiter. Es ist einfach, was ich vorhin erzählt habe mit dem Podcast. Nehmen wir das mal als Beispiel. Vorhandene Synergien nutzen. Du nimmst einen Podcast auf, du hast eine Tonspur, du hast automatisch mit dieser Headliner App, von der ich vorhin gesprochen habe, auch 10, wenn du willst, 10 Snippets als Videos. 10 Video Snippets, die du publishen kannst in den sozialen Kanälen. So, dann kannst du noch so ein Tool nehmen wie Buffer zum Beispiel, finde ich ganz cool, nutze ich ab und zu. Da schmeißt du die Dinger in irgendwie so eine Timeline und das Ding verteilt die ganzen automatisch. Das heißt, du setzt die 1-2 Stunden hin, hast Content, wie jetzt in unserem Beispiel den vom Podcast, machst dir diese kleinen Snippets, verteilst das, passt ein bisschen Text rein und dann fängst du vielleicht mal mit einem sozialen Netzwerk an, LinkedIn, Facebook, irgendwas, TikTok, was dir halt so liegt und dann erweiterst du das um jedes andere neue Netzwerk. Und irgendwann wirst du feststellen, dass das total was bringt und jetzt merkst du auch, wie diese ganzen Sachen ineinander greifen, auch wieder das Thema Branding, dieses auch in den Köpfen bleiben, diese Verfügbarkeit, dieses McDonalds Prinzip, einfach da zu sein, heißt auch mit Content präsent zu sein und vorhandene Synergien zu nutzen, zum Beispiel jetzt der Podcast, der Kommunikation, im Vertrieb, im Marketing, du machst eine Sache und kannst aber verschiedene Fachabteilungen hier mit Inhalten versorgen. Wie geil ist das bitte? Darüber müssen wir nachdenken und gerade als Startups ist das total wichtig, weil wir haben knappe Ressourcen, wir haben wenig Zeit, wir haben in der Regel wenig Geld und wir haben nicht wirklich viel Zeit für Marketing und Vertrieb, weil wir wollen ja unser Produkt weiterentwickeln. Wäre aber eine gute Idee, in Marketing und Vertrieb zu investieren und deswegen muss das hocheffizient laufen, kostenseitig und natürlich auch von der Zeit. Deswegen vorhandene Synergien, super wichtiges Thema und natürlich darf nie wissen, das ist mein Lieblingsthema, Team aufbauen, wichtig, Team aufbauen. Das ist ein, wenn ich sogar, das hätte auf Platz 1 stehen müssen, das sind, also sagen wir es so, das Thema Team aufbauen ist insofern wichtig, weil viele Investoren, viele Business Angels, bevor sie einsteigen wollen, die wissen, mit wem arbeite ich hier eigentlich zusammen. weil die Idee ist gar nicht so wahnsinnig wichtig, ob das jetzt eine irre Innovation ist oder ja, ein schönes Geschäftsmodell, ja, sondern das Team ist entscheidend. Also ein tolles Team kann eine zweitklassige, zweitklassige Idee in den Markt tragen, ist überhaupt kein Problem. Ja, deswegen musst du dir ein Team aufbauen. Das ist übrigens auch dann der Change später für dich persönlich, von der Fachkraft zum Unternehmer zu werden, indem du sagst, ich baue mir Leute auf. Das können Leute sein, die bei dir im Büro sitzen, auf der Payroll stehen oder das kann aber auch ein Remote Team sein. Ja, also zum Beispiel bei mir ist es so, das sind Leute, die müssen jetzt hier nicht in meinem Tiny sitzen, weil das wäre dann ein bisschen eng im Podcast Studio, sondern die arbeiten einfach remote zusammen und dadurch habe ich die Möglichkeit, wie so ein Organismus, wie so ein Herzmuskel, der so pulsiert, kann ich wachsen, je nachdem, wie groß ist das Projekt, kann ich das Team größer machen oder wieder kleiner machen, wieder größer machen, agiles Arbeiten. Das ist ein Riesengeschenk. Viele Unternehmen bewegen riesige Tanker und verlieren auf Dauer die Agilität. Ja, das hören die immer nicht so gerne, ist aber so. Ja, ist ja zwangsläufig so. Genau, also Team ist das A und O und investiere immer, das habe ich auch schon oft gesagt, aber es ist so wichtig, investiere immer in A-Player. Ich weiß, dass sich das gut anfühlt, wenn man sagt, hey, ich besorge mir einfach hier ein paar Leute, hier noch drei Werkstudenten und so und dann habe ich so eine Crew von 10, 15 Leuten, aber du hast keine A-Player. Du hast dir vielleicht B-Player, also ich will jetzt nicht sagen, dass ein Werkstudent kein A-Player ist, ja, aber ich meine so auf Führungsebene, dir Leute zu holen, die du vielleicht nicht so ohne weiteres bekommst. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Unternehmer, da habe ich jemanden, also da habe ich im Unternehmen des Unternehmers jemanden kennengelernt und der hat da gerade erst angefangen. So und da habe ich gesagt, sorry, aber der Typ ist mal ein richtig cooler. Also da, kennst du das, wenn du das sofort merkst, wenn so ein Mensch einfach so exploriert und Bock hat und sagt, ey, ich bin echt gerne hier, ja, ich habe sofort zu dem Unternehmer gesagt, hey, du musst dem einen Anstellungsvortrag geben. Unbedingt, den musst du festhalten. Wie oft habe ich mich in meinem Leben geärgert, wenn ich wirklich hochkarätige Leute verloren habe, weil ich keine Entscheidung getroffen habe, weil ich denen keine Perspektive angeboten habe? Hätte ich mich in den Hintern beißen können? Klar, passiert, aber darf halt nicht so oft passieren. So viele A-Player rennen da draußen nicht rum. Das sind in der Regel, sorry dafür, aber nicht die sich auf eine Stellenanzeige bewerben. Das geht immer über Netzwerke. A-Player, meine Erfahrung, kommen immer in der Regel über Netzwerke. Die werden weiterempfohlen oder sie stellen sich Initiativ vor, weil sie deinen Laden cool finden oder sowas, aber das sind nicht die, die sie auf eine Anzeige melden. Aber gibt sicher auch Ausnahmen. Ganz sicher. So, letzter Punkt auf unserer Muskelspielseite heute, da war es eine echt lange Folge, habt ihr das super durchgehalten, ist diese Anspannung. Du hast jetzt gerade gemerkt, wir haben so ein Training gemacht und irgendwie hat sich jeder Punkt auch schwer angefühlt. Warum ist Erfolg haben so schwer? Weil Muskelarbeit so schwer ist. Wenn du dir die Bodybuilder und Bodybuilderinnen anschaust, dann sind diese Muskeln nicht entstanden, weil die besonders leichter handeln getragen oder gehoben haben, sondern das ist wirklich Arbeit, das ist wirklich harte Arbeit. Und die Frage ist, was bist du bereit zu investieren, damit dein Startup ein Überflieger wird? Also wenn du diese acht Dinge hier durchziehst und in dieser Intensität über einen längeren Zeitraum konsequent machst, dann wird das Ding fliegen. Das ist eine 100% Garantie. So, letzter Punkt, halte die Spannung. Was meine ich damit? Die Spannung halten in Form von, du musst schauen, dass diese Kontinuität in der Markenführung, in der Preisgestaltung, also dass du nicht sagst, ich biete das Ding für 5000 und nächste Woche für 50 Euro an, sondern dass du natürlich auch in diesem hochpreisigen Segment, wenn du dort schon anbietest, auch bleibst und nicht diese Schwankungen hast. Oder dieses echte Interesse an deinen Mitarbeitern natürlich auch, habe ich vorhin vergessen, nicht nur an den Kunden, sondern auch an deinen Mitarbeitern, echtes Interesse, wie geht es dir? Ist in der Familie alles okay? Und dann auch wirklich nachfragen, also echtes Interesse haben. Und diese Spannung, diese Muskelspannung zu halten, das ist voll schwer, vor allem, wenn du in einem, ja, wie soll ich sagen, in einer Erfolgsverwöhntheit unterwegs bist. weil irgendwann wirst du merken, das läuft und das läuft auch alleine und das läuft exponentiell. So, und dann passiert leider zu oft das Momentum, dass du dann sagst, oh, toll, jetzt habe ich ein bisschen Entspannung. Ja, das ist gut und wichtig, dass wir Muskeln entspannen, Ruhephasen, habe ich vorhin gesagt, aber es ist auch wichtig, dass der wieder angespannt wird und dann natürlich auch wieder in das Anspannungsniveau kommt, bei dem du ausgestiegen bist in der Pause. Ja, also, dass du wieder dort einsteigst und wieder mit voller Kraft, mit voller Energie, mit voller Leidenschaft sagst, hey, los geht's, nochmal von vorn. Ja, also, das ist ein total wichtiger Punkt und vor allem, das ist mir noch eine wichtige Botschaft, jetzt hier am Ende dieser Podcast-Folge, dass du nicht aufgibst. Ganz egal, was in den Nachrichten steht, ganz egal, was irgendjemand zu dir sagen, ganz egal, was du gerade im Markt beobachtest oder in deinen Branchen oder was auch immer, ich wünsche dir die Kraft und den Mut, dass du nicht aufgibst, dass du dir diese Podcast-Folge vielleicht ab und zu mal anhörst und mal schaust, okay, wie sieht's denn aus mit meinen acht Muskelspielen, in welchen bin ich da wirklich gut unterwegs und in welchen brauche ich vielleicht noch ein bisschen Support, brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Motivation, brauche ich vielleicht auch ein bisschen mehr Mut. In dem Fall bin ich, ist unser Team sehr gern für dich da und auch die Community, also da gerne mal vorbeischauen im Genius Alliance Space, da gibt's wirklich tolle Leute, die genauso mithelfen können, die dich inspirieren oder mal einen Tipp für dich haben. Ich hoffe, und heute hast du wirklich ein langes Training gemacht hinter dir jetzt, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge für dich hilfreich war, ich bedanke mich an meine Unternehmerfreunde und Freundinnen, die mir auch nochmal so, ist ja auch für mich ein schöner Reminder, was sind so die wichtigsten acht Themen, an die wir Unternehmer und Unternehmerinnen denken dürfen und wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass uns gern eine Apple Podcast-Bewertung oder auch bei Spotify und wir hören uns mit einem spannenden Thema in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.